Musik Puh, da freut sich aber einer. Ja, die lacht schon das Beste wieder weg vorher. Das darf man doch nicht machen. Mensch, ein... Ein 61er DeSoto, ganz seltenes, wunderschönes Auto, finde ich sowieso schon mal ganz toll. Und das allergeilste ist, da muss man sich mal vorstellen, da sagt sie zu mir, mein Auto hat einen Namen, der heißt Flossi. Also das finde ich sowas so toll. Also wir haben gestern so viel Spaß gehabt, das Auto ist sowieso erstmal was ganz seltenes, was ganz besonderes, was ganz schönes. Und scheißegal, was die Jury sagt, ob da vielleicht irgendein Furz und Feuerstein nicht so ist, wie es eigentlich sein soll, interessiert mich nicht. Ich bin ja derjenige, der den Meiers Feines Pokal ausgeben darf, ja, und das ist natürlich der wichtigste vom ganzen Treffen. Das heißt, ja, oh, da geht's los. So heißt das immer, oh, heißt das immer, ne, das kenne ich von den Mädels. Oh, du kriegst gar keinen, ne, von mir, du kriegst den besten Pokal, den es gibt an diesem Wochenende Meiers Feines für unser Baby hier. Und natürlich auch für Flossi. Danke euch. Untertitelung. BR 2018